Willkommen zurück bei Let's Play The Secret of Monkey Island. Letztes Mal sind wir hier bei dem guten Otis stehen geblieben, mit dem wollten wir ein gepflegtes Gespräch führen, was leider nicht möglich ist, da er üble Mundgeruch hat. Aber dagegen haben wir ja jetzt etwas... Moment. Gib, 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 ja, gib, gib mal Otis das Pfefferminz, das ist nicht schlecht. Oh, Grokomint. Wie erfrischend. Danke. Ah, bist du gekommen, um mich zu befreien? Ähm, wer bist du? Mein Name ist Otis. Zumindest vermute ich das. Ich bin schon so lange hier drin, kann mich kaum erinnern. Du musst mich hier rauslassen, bevor ich den Verstand verliere. Das bisschen, was ich noch irgendwo habe in meiner Hosentasche. Siehst du nicht, dass ich unschuldig bin? Aber warum sitzt du dann... Warum sitzt du dann unschuldiger im Gefängnis? Ich wurde reingelegt. Ich habe die Blumen nicht mal angerührt. Was für Blumen? Die gelbe kann ich... ...eine Blume, ja. Irgendeine Blume halt, ne? Es ist verboten, die zu pflücken. Hm. Na, wie ist das Essen im Knast? Ach, das Übliche. Grock, trocken Brot, Ratten, Käfer, Läuse, wenn ich welche fangen kann, zumindest. Ich habe einen Käsekuchen von meiner Tante Tilli, obwohl sie weiß, dass ich den hasse. Der Koch aus der Bar ist ein alter Freund und ab und zu schmuggelt er was hier rein. Wie Fleischreste, meistens Füße und Lippen. Manchmal bringt er auch etwas sehr... ...einen seltsamen Braten. Ist ja ekelhaft, davon will ich nichts mehr hören. Hey, du hast gefragt. Ja, ich habe gefragt. Sheriff Scheintop ist ein ziemlicher Trottel, wie? Kein Scherz. Fester Scheintop ist der übelste Kerl auf Mealy Island, TM. Glücklicherweise hat die Gouverneurin ihn unter Kontrolle. Wir hatten einen fairen, netten Kerl als Sheriff. Doch der ist unter mysteriösen Umständen verstorben. Alle auf der Insel glauben, der neue Sheriff hätte was damit zu tun. Und er steht übrigens gerade hier, vor der Tür. Ich glaube, das reicht, Otis. Hoppla! Ich habe nichts gesagt, ich verziehe mich mal. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Zeit mit dem dreckigen Alungen verschwendet. Er würde alles tun, um nicht seine Strafe abzusitzen. Er ist dreckig und riechen tut er auch. Hey, vielen Dank! Du hast ganz schön Mut, in dieser Stadt zu kommen und die Einwohner zu beschimpfen. Naja, so bin ich halt, ne? Ich bin frei. Wenn dir der Geruch nicht gefällt, darfst du dir jetzt halt gehen. Entschuldigung! Hör zu, ich weiß nicht, was du vorhast. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es illegal. Also vergiss es lieber. Wo immer du auf Mili ein-NTM hingehst, ich passe auf. Und wenn du eine falsche Bewegung machst, kannst du ein paar Jahre hier drin schmachten. Irgendwie krieg ich keine passende Schmärfe hin und dann... Na, ist das ein Kurzbrocken! Siehst du jetzt, was ich hier ertragen muss? Du gehst besser, bevor du uns beide in Schwierigkeiten bringst. Ich bin ja schon weg, ich bin ja schon weg. Noch können wir sowieso nichts Großzeitiges mit ihm machen, also... Verlassen wir die Bude erstmal. So schnell hier wäre erstmal mit ein bisschen Musik. Weil dazu müssen wir in die Kirche gehen. Auf Kirche hab ich gerade keine Lust. Schauen wir doch mal hier rein! Ist der gute Mann wieder da? Ja, er ist da. Hallo, du grüßt, Schnabel! Na, wo sind denn meine Zähne schon wieder... Sind schon wieder umstabend? Was willst du denn? Ich weiß, irgendwie mussten wir den hier rauslocken. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Und dann mussten wir die Sachen hier einsacken. Das Schwert, glaube ich, war es. Und den Tresor da oben mussten wir nicht aufmachen. Aber ich... Wie gesagt, es ist schon acht Jahre her mindestens, als ich das zum letzten Mal gespielt habe. Aber einen anderen Ort gibt es noch, den wir aufsuchen können. Und ich glaube, das war diese Tür hier. Wenn mich nicht alles täuscht... Genau, hier sind wir richtig. Und wow, hier gibt es tatsächlich sogar Musik. Geh zu Voodoo Schnickschnack. Mal sehen, ein Glas mit Fledermauskot. Eine Schachtel mit Geräten, sortiert. Ein Streuer mit Affenschuppen. Und ein paar Katzenknöchel. Alles, was man in einem guten Haushalt braucht. Katzenknöchel? Wie barbarisch! Ich gehe zu Hühner. Arme Hühner. Ja. Statue. Ein wenig Dürr. Nochmal Hühner. Körbe. Schauen wir uns mal die Körbe an. Hm, was mag wohl in diesen Körben sein? Tja, schau doch nach. Können wir sie öffnen? Eigentlich bin ich nicht so scharf darauf, da rein zu gucken. Aha. Vielleicht sind giftige Schlangen drin. Na, da ist natürlich Vorsicht geboten. Gral. Schauen wir uns den Gral an. Der Kelch der ewiges Leben verlebt. Das ist der Becher eines Zimmermanns. Tötötötö. Ja. Knochen. Ah, mein kleines Ding. Was auch immer es war. Ein Huhn. Hmm. Ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken. Wofür das wohl gut sein mag? Gehe zu... Ja. Und da ist sie, die Voodoo-Lady. Womit kann ich dir helfen, Junge? Hmm. Lesen Sie doch es an, wenn ich dann reiche. Also, deine Gedanken teilen mir mit, dass du an deiner Zukunft interessiert bist. Ja, die kann uns Gedanken lesen. Bist du sicher, dass du das wirklich willst? Ja, sagen sie mir alles, was passieren wird. Ich will es wissen. Ich muss ja gut auf dieses Spiel vorbereitet sein. Ich habe eine Vision. Oh, Blitz. Todeskessel. Ich sehe dich auf einer langen Reise. Einer langen, langen Reise. Du bist der Käpt'n eines Schiffs. Ja. Ich sehe... Was? Was sehen sie? Hmm. Ich sehe einen riesigen Affen. Höh? Ich sehe dich im Inneren, dieses Affen. Ich gilt. Das sind ja schon mal gute Aussichten. Warte. Es wird noch klar. Deine Reise wird mehrere Teile haben. Du wirst Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Du wirst Dinge hören, die man nicht hören sollte. Du wirst Dinge lernen, die man nicht wissen sollte. Ja, langsam haben wir es verstanden. Wir werden Dinge sehen, lernen, was auch immer. Was für Dinge? Ich hasse Überraschungen. Nein. Dafür ist die Zeit noch nicht reif. Wenn du deine Bestimmung kennst, komm wieder. Dann werde ich alles erzählen. Okay. Blitz, Blitz. Huch! Weg ist er. Unheimlich. Ja, wie gesagt. Kommen wir später nochmal zurück. Es ist wieder so still. Mann, immer diese Stelle. So, verlassen wir erstmal ein bisschen die Stadt. Das wird ein langer Weg. Wir müssen nochmal den ganzen Weg zurücklatschen, bis zu dem Oppi, mit dem wir zu Anfang des Spiels geredet haben. Aber manchmal ist mir jetzt gerade noch was angefallen. Kurz in die Skamba gehen. Nein, ich bin nicht hergekommen, wieder mit dem Hund zu reden. Ich möchte mal in die Küche kurz. Ich muss nur warten, bis der Koch wieder rauskommt. Aber es geht bestimmt ganz schnell. Hoffe ich zumindest. Koch, geh aus der Küche raus. Ich muss mal da rein. Ich muss mal da rein. Komm schon. Mach die Tür auf. Er macht die Tür nicht auf. Ist egal. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Schauen wir uns mal unser Inventor an. Tagesordnung. Jede Menge Rechtschreibfehler. Da ist er ja. Kurz noch warten, bis er im Bildschirm verlässt. Und rein da. Haha. Ich bin jetzt schon so ein übler Verbrecher. Wir können, glaube ich, das Fleisch mit dem Topf benutzen. Genau. Und dann nehmen wir das Fleisch wieder raus. Aua. Hab's. Und dann haben wir Fleisch am Topf. Und ich weiß nicht mehr genau, womit wir den benutzen müssen. Das gleiche können wir auch mit dem Fisch tun. Hey, mit dem Fisch. Aua. Ja, es tut halt weh. Da muss man da durch. Wer ein Pirat werden will, muss Schmerzen ertragen können. Und dann läuft der Schwabbel an mir vorbei. Ob der Typ jemals auch mal aufhört, sich zu drehen? Vielleicht wartet er nur auf einen, der immer wieder runterholt. Kann ja sein. Ah, was war eine wundervolle Nacht. Wir haben einen Vollmond. Ich glaub, das Poster nehme ich mir damit und hänge mir das Bett. Okay, besuchen wir mal den netten Herren da oben. Ich hörte, hier gibt's heute Freibier? Du hast mich zur Tode erschreckt. Ich dachte, du wärst ein Terroristi. Vergiss es. Wie war nochmal dein Name? Ähm, genau. Nennt mich Ismael. Na gut, Ismael. Wer bist du? Deinen Namen kennen wir doch gar nicht. Ich bin der Späher von Mealy Island TM. Trademark. Ich suche den Ozean nach Stürmen und Schiffen ab und berichte dann der Gouverneurin. Was war eine ehrenvolle Aufgabe. Sie ist nicht auf unerwartete Besuche scharf. Besonders nicht jetzt. Ich bin hier drüben. Immer noch. Äh. Oh. Warum fürchtet man sich vor unerwartetem Besuch? Um genau zu sein, ist es der erwartete Besuch, der uns zu schaffen macht. Ein bestimmter Pirat, um präziser zu sein. Er ist zwar tot, aber deswegen lange nicht ungefährlich. Wie bist du der Sperr geworden, wo du offensichtlich das Augenlicht an der Blindschleiche hast? Hör ich dir deine Zunge! Scheru Scheintopf hat mich persönlich ausgewählt! Äh, okay. Das klingt ja wohl wieder ziemlich verdächtig. Ich, äh, gehe und such da mal mein Glück. Okay. Viel Glück! So, gibt's da noch irgendwas? Ich glaube, hier konnte man nix mitnehmen. Ne. Aber, ja. Jetzt können wir mal die ganze Insel erkunden. Oder zumindest ein paar Teile davon. An Lichtung. Eine Insel. Und da bin ich. Der kleine Pixel dort. Okay, gehen wir mal zu der Brücke. Das sieht weiter aus, als es eigentlich ist. Und, oh, da steht ja jemand. Der lässt mich bestimmt nicht durch. Halt! Du musst Wegzollzahlen! Zur Seite, Troll! Ich bin ein mächtiger Pirat! Du bist kein Pirat! Selbst der Dorftrottel könnte dich noch im Beleidigen schlagen. Und würde es wahrscheinlich auch tun. Ach ja? Ja! Wenn das alles ist, was dir einfällt, könntest du Nachhilfe gebrauchen. Hm. Niemand da vorbei! Ich glaube, das war so, dass wir irgendwie das Fleisch vergiften mussten. Und es ihm dann geben. Bin mir allerdings nicht mehr sicher. Naja. Niemand da vorbei. Ja, ist ja gut. Ich hab's gecheckt. Lichtung. Okay, zu dem Haus kommen wir da erstmal nicht. Wenn wir nicht über die Brücke können. Dann gehen wir zur Lichtung. Wo sind wir denn hier? Hallo? Ui, schaut mal! Das ist ein Zirkus! Und jetzt ratet mal! Nächstes Mal gehen wir in den Zirkus! Also, bis zum nächsten Mal!